Ehemaliges Brauhaus Über 650 Jahre stand neben dem Marktrichterhaus das Brauhaus. Bereits 1300 hatte der Passauer Fürstbischof Bernhard von Brambach den Waldkirchen an das Braurecht verliehen. Das Bier wurde von den Bürgern selbst gebraut, gewöhnlich einmal pro Woche. 1817 verkauften die 80 am Brauhaus beteiligten Bürger die Brauerei an Michael Ratzesberger. 1898 erwarb sie der aus München stammende Rudolf Freiherr von Münster, der im Volksmund einfach Baron genannt wurde. 1949 wurde die von Münstersche Brauerei stillgelegt.